Apotheken Bei einer Apotheken Apotheken in der Nacht Apotheken 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 Sag der Beat jetzt, was weiß ich. Sag der Suess, wir sind da was raus, ich sehe, was ich finde. Ich weiß, ich weiß, wie geht's da? Ja, gut. Frag mich auch, wie es mir geht. Nein. Bitte frag mich. Ich will nicht, lieber Helm, ich bitte. Gut, wie geht's da? Frag mich nicht. Ich hab ein Problem. Was hast du denn für ein Problem? Ich glaub immer, hinter mir steht einer, wenn mich umgedreht ist es gewasselt. Der hat auch ein Problem. Der glaubt immer, unter seinem Bauch steht einer. Das ist gar nicht wahr, weil da hab ich neulich nachgeschaut, da steht nix. Vielleicht ist er Pindler? Warte, ich bin nämlich ein bisserl krank. Ja, ja. Einen Katar hab ich. Das hört man. Das kannst du nicht hören, weil beim Darm kein Darm. Ja, jetzt riech ich's. Aber der Rest, ich hab ja auch mit den Darm zu tun. Wie äußert sich das? Jeden Tag pünktlich um 6 Uhr muss ich. Das ist ja schön. Das ist schön, wenn es erst um 8 Uhr wach wird. Das ist nett. Da gibt's ja Krankheiten, hab ich gelesen, die gibt's ja gar nicht. Z.B. die Cholera-la-la-la-la-la-la-la. Ich hab ja auch schon gehabt. Du schaust eh schon deppert rein? Niii. Und da hat er dein Alte wieder auch nicht gepragt? Das gibt's bei mir überhaupt nicht. Nur immer bitte Hosen an. Gestritten haben wir schon, dass die Pferd sind geflogen. Okay. Aber nachher kommt's immer auf die Knie, hab ich's oben gerutscht. Okay. Und was sagt's denn? Kommt für auf den Betten auf, ich schau. Dabei hab ich unter dem Bettchen einen Haverer getroffen. Okay. Wie heißt der? Luch. Das ist ein staubiger Bruder. Ja, ja. Leicht zum Verblasen. Was gibt's neiges, Helme? Stell dir vor, meine Frau beträgt mich. Ich hab dich gefragt, was neiges gibt. Aber wenigstens hab ich ihr jetzt das Nägelbeißen angewendet. Boah, wie hast du das gemacht? Ich hab ja die Zehnteig gehauen. Mit meiner Alten ist überhaupt ein Jammer durch. Hey, was? In der Früh, wenn die aufsteht, die macht ein Gesicht bis auf der. Du bist gerannt. Die käbelt in einer. Das kann ich von meiner nicht behaupten. Na? Die steht auf, lacht, ist los. Die kupft durch die Wohnung. Hast du so ein sonniges Gemüt? Nein. Einen kurzen Fuß. Ja. Das kann ich sagen längern. Aber es kommt wie Sprung. Aber meine Frau macht jetzt auch unheimlich viel für ihre Schönheit. Und da muss ja 24 Stunden haken. Weißt du, was macht? Die macht Schlammpackungen fürs Gesicht. Und das nutzt was? Ja, zuerst schon, aber dann präkelt das Zeugs wieder an. Versuch's mit Lieferbeton. Die Wartzen kriegst du mit dem Fäßchen nicht weg. Wie hast du deine Frau eigentlich kennengelernt? Eigentlich will die noch keinen Tag sein. Jetzt kannst du mich normal wieder fragen. Weil da immer so pingelig bin. Na, was sagst du zu die zwei? Der Tarzan Wart besser. Der Tarzan? Wart doch kein Komiker. Aber die zwei sagen auch? Wart sie heuer? Wurst du auch? Wart sie heuer in Urlaub? Ja, in Italien waren wir. Pfölatsch? Wir waren nicht in Pfölatsch. Wir waren in Pipione. Pfölatsch waren wir zu teuer gekommen. Und seid ihr da über den Brenner gefahren? Ja, wir sind schon über den Trieber gefahren. Ob der Brenner gar nicht. Der war so flach, dass kein Ausweismittel. Sag einmal, was gefällt dir eigentlich so gut an Italien? Der Sand? Der Sand? Ja, was für lustig du. Ja, geil. Da grub ich mich halt ein. Ich grub sie wieder aus. Ich grub mir aus. Dann grub ich sie ein. Und fahrst du nächstes Jahr wieder an? Ja, ich muss ja ausgruben. Das hab ich dir noch gar nicht erzählt. Ich hab einen ersten Preis gewonnen. Gemache. Bei einem Scheißhausreifen. Äh, Preis-Ausschreiben. Das erste hättet ihr geglaubt. Na, wirklich. Eine Flugreise hab ich gewonnen. Wohin? Mit der Air Condition nach Tschadda. Siehst du klar? Na, ist der Tepp. Wenn du so schnell radeln fangen kannst, wie's Teppet bist, müsst ihr den Klug noch aufhören zu bremsen. Ja, wir haben gehört, du schreibst in der Kam so romantische Gedichteln. Und das gehört? Ja. Ich möchte eins hören, bitte. Soll ich laut sagen? Willst du das auch hören? Bitte, ganz laut. Ja. Willst du wirklich? Ja. Im Osten geht die Sonne auf, die Vögel fangen an zu fliegen. Durch den Vögeln steht die Mutter auf, der Papa bleibt noch liegen. So. So läuft das. Ja? Ich hab eine Werbung auch gemacht. Ja. Nimm einen Liter Filtertüten, willst du Schwangerschaft behüten. Kannst die Schüttelreine auch? Ja, da bin ich Weltmeister. Es ist mir wirklich schleierhaft wie einer auf der Eierschlacht. Kannst du einen? Ja, da kann ich einen. Na, hör damit. Was kaufst du an meinem Bimmel-Grädchen? Mein Bimmel ist kein Kimmel-Brädchen. Für jede Frau, die mein Leben schon gehabt hat, möchte ich nur einen Schilling haben. Und wen willst du denn mich anrufen? Ich bin ein Schalterlich. Aber red mir von was andern, sag einmal. Ich hab gehört, dein Großvaterl ist gestorben. Ja, was stellt er vor? Was hat er denn gehabt? Eine Kamera. Nein, ich mein, was hat er ihm gefällt? Ein Stativ. Ich mein, an was ist er gestorben? An einen Kümmelbraten. Wie kann man an einem Kümmelbraten sterben? Er steht ja vor, die Oma hat ihm am Sonntag einen Kümmelbraten gemacht. Und hat ihm in den Köln geschickt, um er zu finden als Beilag. Der Alte ist runtergegangen auf der letzten Stirn, hat es ihm gerissen und er ist angestürzt. Weg geworden. Schrecklich. Was habt ihr denn da gemacht? Eine Reihe aus Staturen. Weißt du, weißt du, warum die Popsänger so schwach im Bett sind? Na, warum? Weil sie ohne Verstärker arbeiten müssen. Du bist ja zwar kein Popsänger, aber ich hab gehört, du bist auch nicht der Gräste in der Hapfen. Das ist eine Lüge. Wieso? Meine ganze Familie war ja bis ins letzte Glied sexorientiert. Aber? Der Onkel Willi von mir, der ist beim Liebesag dem Peter Stick. Wie geht das? Wer auf der Packung gestanden ist, den Präservativ straff über den Kopf zieht. Herr Pünke, jetzt hab ich dir auch noch nicht erzählt. Ich habe jetzt die Jagdprüfung bestanden. Ui, da bist du ja weitlocher. Mann, Mann. Ich kenn alle Spitznamen von den ganzen Viechern. Wie geht das? Stell deine Lose auf und blicke mit deinen Lichtern auf meinen Spiegel. Der ist ganz verschmiert mit der Lose. Du musst das Kapitänzpatent machen mit der Hose. Wieso? Zwei Strich Backbord. Ja. Ja. Aber weißt du, dass du so gut bist? Alles weiß ich. Wie heißt denn das? Rehm in Vornamen? Das weiß ich nicht. Kartoffelbüh. Rehm. Das ist schon gut. Du fragst mich. Du fragst mich, was G'scheit ist. Leider Gutes. Das ist gut. Ich frag dich. Jagdprüfung. Wie sagt man zur Männlichkeit des Keilers? Das weiß ich auch nicht. Keilrimen. Aber weil du so starke Anzeigen hast, wie sagt man denn zur Männlichkeit eines Kardinals? Das weiß ich! Heiliger Bim Bam! Hab ich irgendwas falsch gemacht? Nein, Sie sind also gut aufgefallen. Intelligenzler, kleine Matura, drei Volksschuleklassen und eine Tanschstunde. Das ist ja nur, weil ich sehr eilig hab, so ein Anschneider. Fahren Sie verkehrt gegen die Heimbahn? Ja, ich weiß eh, aber ich bin von der Zeitung. Aha, Schulterblatt. Nein, nein, ich bin wirklich von der Zeitung. Ich muss da zu einem Presseempfang. In einem Chef übrigens ist auch gut, der Herr Polizeipräsident. Polizeipräsident. In May haben Sie ihn kennengelernt. Dann schauen Sie, der Herr Bundeskanzler, der ist auch dort. Bundeskanzler? Sag ich Ihnen doch. Meier müssen Sie kennengelernt. Auch der Herr Vizekanzler ist dort. Vizekanzler. Ich sag Ihnen noch einen, sind Meier müssen Sie kennengelernt. Der Herr Hübdo sagt, komm Sie ein Töbling, Inspektor, du specht. Ein Stimm. Entschuldigung, Herr Inspektor. Sag Sie aber eine Frage. Wann spielt der Brandweiler Havelker da in der Hellen-Städter-Straße auf? Ich sag, wer? Der Brandweiler Havelker. Dann sagt er meines Wissens um fünf Uhr. Tag Sie, Herr Inspektor. Der Herr Hübdo sagt, krrrr. Komm Sie ein Töbling, Inspektor, du specht. Herr Schwäge, Sie sind schon wieder? Ich sag, ja, bis der Herr Inspektor verbaut spielt der Havelkauf. Herr Hübdo sagt, ich bin ja auch gesagt, um fünf Uhr, wenn du in den Zustand losst, dann wird der nicht rein. Ich möchte nicht rein, ich möchte aus.